Montague, Rhodes, James Jemand verschwindet, jemand erscheint Die hier veröffentlichten Briefe schickte mir jüngst jemand, der weiß, dass ich mich für Gespenstergeschichten interessiere. Sie sind zweifellos echt. Das Schreibpapier, die Tinte und ihr ganzes Erscheinungsbild beweisen, dass sie tatsächlich zu der angegebenen Zeit geschrieben wurden. Das einzige, das dabei im Dunkel bleibt, ist die Identität des Verfassers. Er unterzeichnet diese vier Briefe nur mit seinen Initialen und da die Briefumschläge verschollen sind, ist der Familienname des Empfängers, offenbar ein verheirateter Bruder des Absenders, gleichfalls nicht bekannt. Zusätzliche Erläuterungen sind meines Erachtens nicht notwendig. Zum Glück enthält der erste Brief alles, was zum weiteren Verständnis nötig ist. Erster Brief Great Chris Hall, 22. Dezember, 1837 Mein lieber Robert, leider muss ich dir mitteilen, dass ich das kommende Weihnachtsfest nicht zusammen mit dir und deinen Lieben verbringen kann. Das bedauere ich wirklich sehr, da ich mich schon sehr darauf gefreut hatte. Aber den traurigen Grund dafür kannst du sicher sofort nachvollziehen. Vor wenigen Stunden erhielt ich einen Brief von Mrs. Hunt aus B. Sie schreibt, dass unser Onkel Henry plötzlich und auf rätselhafte Weise verschwunden ist und bittet mich sofort nach B zu kommen, um mich an der Suche nach ihm zu beteiligen. Zwar hatte ich, genau wie du, glaube ich, mein Leben lang kaum eine engere Verbindung zu Onkel Henry, aber natürlich kann ich eine solche Bitte wohl kaum leichtfertig übergehen. Deshalb erhält Mrs. Hunt demnächst einen Brief, in dem ich mein Kommen ankündige. Schon heute werde ich am späten Abend dort eintreffen, allerdings nicht im Pfarrhaus übernachten, sondern mir ein Zimmer im Kingshead nehmen. An diese Adresse kannst du mir auch schreiben. Ich lege eine kleine Bankgutschrift für dich bei. Bitte verwende sie dazu, eure Kinder in meinem Namen ein bisschen zu verwöhnen. Falls ich länger in B bleiben muss, werde ich dich täglich auf dem Laufenden halten. Sollte sich diese Geschichte schnell aufklären lassen, kannst du dich darauf verlassen, dass ich trotz allem das Weihnachtsfest mit euch zusammen feiern werde. In Eile und mit herzlichen Grüßen an euch alle, dein Bruder W.R. P.S. Diese Absage tut mir wirklich leid. Das kannst du mir glauben. Zweiter Brief Kingshead, 23. Dezember 1837 Mein lieber Robert, als erstes möchte ich dir mitteilen, dass es über Onkel Henry nichts Neues zu berichten gibt. Von der Vorstellung, Hoffnung klingt mir zu anmaßend, ich könnte Weihnachten doch noch bei euch auftauchen, mußt du dich wohl endgültig verabschieden. In Gedanken werde ich jedoch bei euch sein, und ich wünsche euch ein rundum schönes Fest. Achte bitte darauf, dass meine Nichten und Neffen keinen Teil ihres Taschengeldes auf Geschenke für mich verschwenden. Seitdem ich hier angekommen bin, mache ich mir Vorwürfe, diese Geschichte mit Onkel Henry allzu leicht genommen zu haben. Aus dem, was die Leute im Dorf sagen, schließe ich, dass wir kaum noch hoffen dürfen, er könnte noch am Leben sein. Doch ob ihm ein Unglück zugestoßen ist oder jemand ihm übel mitgespielt hat, kann ich nicht beurteilen. Bekannt ist nur Folgendes. Am Freitag, dem 19. Dezember, ging Onkel Henry wie üblich kurz vor 5 Uhr nachmittags zur Kirche hinüber, um die Abendandacht zu halten. Danach brachte ihm der Kirchendiener eine Nachricht, die ihn veranlasste, zu einem Krankenbesuch aufzubrechen. Der Kranke wohnt knapp 3 Kilometer vom Dorf entfernt in einem ziemlich abgelegenen Häuschen. Nach dem Besuch machte sich Onkel Henry gegen halb sieben auf den Rückweg. Das ist das Letzte, was man von ihm gesehen oder gehört hat. Die Menschen hier sind sehr bekümmert über sein Verschwinden. Wie du weißt, lebt er ja schon seit vielen Jahren als Pfarrer der anglikanischen Kirche in diesem Dorf. Auch wenn er, wie der vielleicht bekannt sein dürfte, nicht gerade der warmherzigste Mensch war und eine oft sehr strenge, schulmeisterliche Art hatte, hat er offenbar viele gute Werke getan und dabei keine Mühen gescheut. Die arme Mrs. Hunt, die seit ihrem Wegzug aus Woodley die ganzen Jahre über seinen Haushalt versorgt hat, ist am Boden zerstört. Das Verschwinden unseres Onkels empfindet sie als das Ende der ihr vertrauten Welt. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, mein Quartier im Pfarrhaus aufzuschlagen. Und ich habe auch alle gut gemeinten Angebote von Dorfbewohnern abgelehnt, vorübergehend bei ihnen zu wohnen. Wie immer möchte ich mir meine Unabhängigkeit bewahren, deshalb fühle ich mich im Gasthof sehr wohl. Sicher möchtest du wissen, welche Nachforschungen wir hier angestellt haben. Wie zu erwarten war, haben die Untersuchungen im Pfarrhaus nichts erbracht. Wie schon andere vor mir, habe ich Mrs. Hunt gefragt, ob ihr an ihrem Dienstherrn in jüngster oder auch früherer Zeit irgendwelche Anzeichen für einen drohenden Schlaganfall oder eine beginnende Krankheit aufgefallen sind. Doch Mrs. Hunt und der Hausarzt waren sich darin einig, dass nichts auf solche Erkrankungen hingewiesen habe. Offenbar war Onkel Henry vor seinem Verschwinden so gesund und munter wie eh und je. Der nächste Schritt bestand darin, die Weiher und Bäche abzusuchen, darüber hinaus auch die Felder in der Umgebung, die er, soweit bekannt, zuletzt durchquert hat. Doch all das führte zu nichts. Ich habe danach auch persönlich mit dem Kirchendiener gesprochen und bin, was noch wichtiger war, zu dem Haus gegangen, in dem Onkel Henry den Krankenbesuch gemacht hat. Die Familie kann mit seinem Verschwinden unmöglich etwas zu tun haben. Der einzige Mann im Haus liegt krank im Bett und ist sehr geschwächt. Seine Frau und die Kinder hätten von sich aus natürlich gar nicht die Kraft gehabt, irgendetwas gegen unseren Onkel zu unternehmen. Und es ist auch auszuschließen, dass sie oder einer von ihnen sich dazu hergegeben hätten, Onkel Henry zu sich ins Haus zu locken, damit ihm irgendjemand auf dem Rückweg ins Dorf überfallen konnte. Was die Familie wusste, hatte sie auf Anfragen anderer Leute schon mehrmals erzählt, aber die Frau wiederholte es für mich. Der Pfarrer habe nicht anders als sonst ausgesehen. Er sei nicht sehr lange bei dem Kranken geblieben. Er ist ja nicht so wie andere, die eine Gabe fürs freie Gebet haben, aber wenn er es wäre, wie sollten dann die Leute von den Freikirchen ihren Lebensunterhalt verdienen, sagte sie, nicht ohne Humor. Als sich Onkel Henry verabschiedete, ließ er etwas Geld für die Familie da. Eines der Kinder sah, wie er den Zaunübertritt bestieg und danach über das angrenzende Feld ging. Er war so gekleidet wie immer, trug auch den uralten, weißen Priesterkragen mit den zwei flatternden Bändchen, das, was die Lutheraner Bäfchen nennen. Vermutlich ist er der einzige anglikanische Pfarrer, der das noch tut, zumindest in dieser Gegend. Du siehst, ich schreibe hier jede Einzelheit nieder. Das liegt daran, dass ich nichts anderes zu tun habe, denn ich habe hierher keine dienstlichen Unterlagen mitgenommen. Außerdem klärt sich dabei auch einiges in meinem Kopf. Möglicherweise tauchen sogar Dinge auf, die ich bisher übersehen habe. Also werde ich auch weiterhin alles, was passiert, gegebenenfalls auch Gespräche, schriftlich festhalten. Du kannst das lesen oder übergehen, ganz wie du willst, aber bitte bewahre die Briefe auf. Mit meinen Schreiben an dich verbinde ich nämlich noch einen weiteren Zweck, wenn er derzeit auch nicht recht greifbar ist. Vielleicht fragst du dich, ob ich auch persönlich die Felder in der Umgebung des abgelegenen Häuschens, in dem er sich zuletzt aufgehalten hat, abgesucht habe. Das meiste haben, wie erwähnt, schon andere Leute erledigt, aber morgen will ich mir die Felder mit eigenen Augen gründlich ansehen. Inzwischen haben wir auch die Londoner Bezirkspolizei in der Bow Street benachrichtigt. Sie wollen ihre Leute heute Abend mit der Kutsche herüberschicken, aber ich glaube nicht, dass uns das wesentlich weiterbringt. In B liegt kein Schnee und die Felder hier sind keine Äcker, sondern Viehweiden. Deshalb gibt es auch keine Fußspuren, die sie sichern könnten. Selbstverständlich habe ich heute beim Hinweg zu dem abgelegenen Häuschen ständig Ausschau nach irgendwelchen Spuren gehalten. Allerdings herrschte beim Rückweg dichter Nebel und mir war nicht danach, auf unbekannten Weiden herumzustolpern, besonders nicht an einem Abend wie diesem. In jedem Strauch meint man den Umriss eines Menschen zu erkennen und eine in der Ferne blökende Kuh klingt einem wie die Posaune des jüngsten Gerichts. Wäre Onkel Henry mit dem Kopf unterm Arm aus dem Wäldchen getreten, das an einer Stelle an den Feldweg angrenzt, hätte das mein Unbehagen kaum noch verstärken können, wie ich dir versichern kann. Ehrlich gesagt rechnete ich fast mit einer Begegnung dieser Art. Aber ich muss meinen Stift vorübergehend zur Seite legen. Gerade wurde mir der Besuch von Mr. Lucas, dem Vicar der Gemeinde, angekündigt. Später Mittlerweile ist Mr. Lucas wieder gegangen. Es war nicht mehr aus ihm herauszubringen, als die üblichen Bekundungen von Mitgefühl, die der Anstand gebietet. Mir ist aufgefallen, dass er die Hoffnung, Onkel Henry könnte noch am Leben sein, längst aufgegeben hat. Soweit er überhaupt zum Mitgefühl fähig ist, tut ihm die ganze Geschichte sicher aufrichtig leid. Mittlerweile ist mir auch klar geworden, dass Onkel Henry selbst bei stärker gefühlsbetonten Menschen als Mr. Lucas wohl nur selten oder nie große Zuneigung ausgelöst hat. Außer Mr. Lucas hatte ich noch einen weiteren Besucher. Mein Boniface, der Inhaber des Gasthofs Kings Head namens Bowman, erkundigte sich bei mir, ob alles zu meiner Zufriedenheit sei oder ich noch irgendetwas benötige. Um Mr. Bowman gerecht zu werden, müsste man so wie Charles Dickens schreiben können. Anfangs trat er sehr feierlich und gewichtig auf. Nun ja, Sir, sagte er, angesichts dieses schweren Schlags bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als in Demut und Ehrfurcht den Kopf zu neigen, wie meine verstorbene Frau zu sagen pflegte. Soweit ich es beurteilen kann, wurde bisher nicht die geringste Spur von unserem hochgeachteten Herrn Pfarrer seligen Angedenkens gefunden, nicht mal das kleinste Herrchen. Nicht, dass er das war, was in der Heiligen Schrift manchmal als haariger Mann bezeichnet wird, nein, in keinem Sinne des Wortes. So unverbindlich wie möglich erwiderte ich, damit habe er vermutlich recht, konnte mir aber nicht die Bemerkung verkneifen, ich hätte gehört, der Umgang mit dem Pfarrer sei nicht immer ganz einfach gewesen. Mr. Bowman bedachte mich kurz mit einem scharfen Blick, ließ danach blitzartig das feierliche, mitfühlende Getue sein und schwang sich zu einer leidenschaftlichen Rede auf. Wenn ich an die Ausdrücke denke, die sich dieser Mann mir gegenüber in meiner eigenen Gaststube erlaubt hat, dabei ging es nur um ein Fass Bier, um eine Lappalie, mit der sich ein Mann, der eine Familie zu ernähren hat, jeden Tag herumschlagen muss, und das habe ich ihm auch gesagt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Pfarrer gründlich in mir geirrt, wie mir von Anfang an klar gewesen war. Nur war ich über seine Ausdrucksweise so bestürzt, dass ich einfach nicht die richtigen Worte für ihre Entgegnung fand. Er gab keine weiteren Erklärungen ab und blickte plötzlich verlegen zu mir hinüber. Ich erwiderte lediglich, meine Güte, tut mir wirklich leid, dass Sie kleine Meinungsverschiedenheiten hatten, aber ich nehme doch an, dass mein Onkel der Gemeinde sehr fehlen wird, oder? Mr. Bowman holte tief Luft. Ach ja, sagte er, der Pfarrer ist ja Ihr Onkel. Vorübergehend, das werden Sie sicher verstehen, hatte ich ganz vergessen, dass Sie mit ihm verwandt sind. Ist ja auch kein Wunder. Der Gedanke, Sie könnten ihm irgendwie ähnlich sein, ist ja auch schlicht lächerlich. Trotzdem, wäre mir das bewusst gewesen, wäre mir so was im Lebtag nicht über die Lippen gekommen, das können Sie mir glauben. Ich versicherte ihm, das sei mir durchaus klar. Gern hätte ich ihm weitere Fragen gestellt, doch er wurde abgerufen und musste sich anschließend um geschäftliche Dinge kümmern. Übrigens, komm jetzt bloß nicht auf die Idee, dieser Wirt hätte von den Ermittlungen zu Onkel Henrys verschwinden, irgendetwas zu befürchten. Allerdings wird er heute Nacht wohl unruhig schlafen, denn sicher geht ihm durch den Kopf, dass sein Gerede bei mir womöglich einen Verdacht ausgelöst hat. Morgen früh kann ich also mit Erklärungen rechnen. Ich muss jetzt schließen, damit der Brief noch heute Abend befördert wird. Dritter Brief 25. Dezember 1837 Mein lieber Robert, seltsam, einen solchen Brief am Weihnachtstage zu schreiben. Allerdings enthält er letztendlich nicht viel Neues. Oder vielleicht doch? Das musst du selbst beurteilen. Zumindest aber nichts Entscheidendes. Die Londoner Polizisten sagen im Grunde nur, dass sie keine Hinweise oder Spuren entdeckt haben, die zur Aufklärung dieser Geschichte beitragen könnten. Wegen der Zeitspanne und den Wetterbedingungen seit Onkel Henrys Verschwinden sind keine irgendwie nützlichen Fußabdrücke erhalten. Und es wurde auch nichts gefunden, das dem Toten – leider muss ich wohl jetzt diesen Ausdruck verwenden – gehört hat. Wie erwartet war dem Hotelinhaber heute Morgen gar nicht wohl in seiner Haut. Schon in aller Frühe hörte ich Mr. Bowman mit absichtlich lauter Stimme, wie ich ihm unterstelle, in der Gaststube eine Rede schwingen, in der er den Londoner Polizisten mitteilte, welch schweren Verlust die Gemeinde durch das Verschwinden ihres Pfarrers erlitten habe. Besonders gern benutzte er dabei die Redewendung, man müsse jeden Stein umdrehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich vermute in ihm einen sehr gefragten Festredner. Als ich beim Frühstück saß, bediente er mich persönlich. Während er mir ein getoastetes Milchbrötchen brachte, nutzte er die Gelegenheit, mit gesenkter Stimme zu sagen, ich hoffe, sie nehmen nun nicht an, dass meine Einstellung ihrem Verwandten gegenüber mit irgendwelchen Gefühlen bestimmt ist, die sie vielleicht als böswillig bezeichnen würden. Und lauter zur Bedienung gewandt, sie können jetzt gehen, Elisa, alles, was der Herr wünscht, bringe ich ihm persönlich an den Tisch. Und wieder leiser zu mir, Entschuldigung, Sir, aber sie wissen bestimmt, dass man nicht immer Herr seiner selbst ist, und schon gar nicht, wenn einen die Verwendung gewisser Ausdrücke tief in der Seele trifft. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass sich solche Ausdrücke ganz und gar nicht gehören. Bei diesen Worten war seine Stimme lauter und lauter geworden und ihm die Röte ins Gesicht geschossen. Und wenn ich darf, fuhr er fort, würde ich Ihnen jetzt gern mit wenigen Worten erklären, um was es bei diesem Streit mit ihrem Onkel ging. Dieses Bierfass, eigentlich war es ja nur ein Fässchen. Nun fand ich es an der Zeit, ihm ins Wort zu fallen. Ich sagte, es werde uns meiner Meinung nach kaum weiterhelfen, diese in ruhigerem Ton nach, nun ja, ganz wie sie möchten und ganz wie sie sagen, sei es wie es wolle, es trägt vielleicht nicht sehr zur Klärung der gegenwärtigen Fragen bei. Ich möchte sie nur wissen lassen, dass ich genauso wie sie bereit bin, bei der anstehenden Aufgabe mit beiden Händen zuzupacken. Das habe ich vorhin, ist ja noch nicht mal eine Dreiviertel Stunde her bei passender Gelegenheit auch den Polizisten gesagt. Wir dürfen nichts unversucht lassen, müssen jeden Stein umdrehen, um ein bisschen Licht in diese schreckliche Geschichte zu bringen. Tatsächlich begleitete uns Mr. Bowman bei unserer Gelände Erkundung. Ich bin zwar davon überzeugt, dass er uns wirklich helfen wollte, doch leider trug er nicht viel dazu bei. Offenbar dachte er, wir würden irgendwann und irgendwo auf Onkel Henry stoßen oder auf denjenigen, der für dessen Verschwinden verantwortlich war. Während Mr. Bowman über die Felder stapfte, beschattete er immer wieder die Augen und lenkte die Aufmerksamkeit auf sich, indem er mit einem Spazierstock auf weit entferntes Vieh oder irgendwelche Feldarbeiter deutete. Außerdem unterhielt er sich mehrmals lange mit älteren Frauen, denen wir zufällig begegneten und führte sich ihnen gegenüber wie ein Ermittlungsbefugter auf. Doch jedes Mal, wenn er wieder zu uns stieß, sagte er, naja, anscheinend hat die Frau mit dieser traurigen Geschichte nichts zu tun. Aus dieser Richtung kann man wohl kaum was erwarten, das Licht in die Sache bringen könnte, glauben sie mir. Es sei denn, die Frau hält mit irgendwas absichtlich zurück. Wie anfangs schon erwähnt, führte Ob sie zurück nach London gefahren sind oder nicht, weiß ich nicht. Heute Abend leistete mir ein handelsreisender Gesellschaft, ein ziemlich schlauer Bursche. Er wusste, was hier im Dorf los ist. Doch obwohl er schon tagelang in dieser Gegend unterwegs ist, sind ihm keine verdächtigen Gestalten wie Landstreicher, umherziehende Seeleute oder Zigeuner begegnet. Er schwärmte von einem wunderbaren Punch and Jody Theater, das er am selben Abend in W besucht hatte und fragte mich, ob ich diese Vorstellung schon gesehen hätte. Als ich verneinte, meinte er, ich dürfe sie auf keinen Fall versäumen, falls sie im Dorf gezeigt würde. Nie habe er eine bessere Punch Figur oder einen besseren Hund Toby erlebt. Der Hund Toby wird von den Puppenspielern seit kurzem fast überall in die Aufführungen eingebaut, musst du wissen. Ich habe diese neue Figur erst ein einziges Mal erlebt, aber bald wird wohl jede Truppe diesen witzigen Hund einsetzen. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich mir die Mühe mache, dir dies alles zu berichten. Ich muss es aber schriftlich festhalten, weil es mit einer anderen Lappalie zu tun hat, wie du nun sicher sagen wirst, die wohl nur meiner wilden Fantasie zu verdanken ist. Es ist ein Traum, Herr Lehrer, und ich werde Ihnen erzählen, denn etwas so Seltsames habe ich wohl noch nie geträumt. Aber geht der Traum in irgendeiner Weise über das hinaus, was mir seit dem Verschwinden Onkel Henrys und dem Gespräch mit dem Handelsreisenden im Kopf herum spukt und folglich auch meine Träume bestimmt? Auch das musst du selbst entscheiden, denn mir fehlt dazu der nötige kritische Abstand. Der Traum begann so, als würde ein Bühnenvorhang zur Seite geschoben. Ich hockte auf irgendeinem Sitzplatz, ob in einem Innenraum oder unter freiem Himmel, kann ich nicht sagen. Rechts und links von mir saßen einige, nicht sehr viele Menschen, die ich nicht kannte und die mich auch nicht sonderlich interessierten. Niemand von ihnen sagte irgendetwas. Soweit ich mich erinnere, hatten alle blasse Gesichter und starrten ernst und unverwandt nach vorne auf irgendeine Punch and Jody Szenerie. Die Puppenbühne kam mir größer vor als üblich. Auf dem rötlich-gelben Bühnenboden waren schwarze Figuren aufgemalt. Hinter und neben der Bühne lag alles im Dunkel, doch die den Zuschauern zugewandte Seite war in helles Licht getaucht. Angespannt und mit großen Erwartungen blickte ich mich um, denn ich meinte, jeden Moment müssten die üblichen Panflöten und das schrille »Seid ihr alle da?« von Punch den Beginn der Vorstellung verkünden. Stattdessen war von hinten, wie aus weiter Ferne, ein einziger dumpf dröhnender Glockenschlag zu hören. Eine andere Beschreibung fällt mir dafür nicht ein. Und nun hob sich auch der kleinere Vorhang und das Schauspiel begann. Meines Wissens nach hat irgendjemand einmal versucht, die Szenenabfolge des Punch- und Jodie-Theaters umzuschreiben und als ernstzunehmende Tragödie anzulegen. Wer immer das gewesen sein mag, diese Aufführung hätte sicher genau seinem Konzept entsprochen. Der Held hatte etwas wirklich Diabolisches an sich und war sehr einfallsreich, soweit es seine Angriffsmethoden betraf, denn er wechselte sie ständig. Einigen seiner Opfer lauerte er auf und beim Anblick seines gelblichen Gesichts, das hinter den Kulissen hervorspähte, musste ich an den Vampir in Johann Heinrichs Hüßlis garstigem Gemälde der Nachtmah denken. Zu anderen Opfern war er zunächst höflich und schmierte ihnen Honig ums Maul, besonders dem unglückseligen Ausländer, der aus Mangel an Sprachkenntnissen nicht mehr als bla 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 herausbrachte. Allerdings konnte ich überhaupt nicht hören, was genau Punch sagte, aber mit allen Opfern bangte ich mit, als ihr Ende nahte. Als Punch ihnen den Knüppel über den Schädel zog, was mich sonst eher amüsiert, knirschte es so, als hätte er ihnen tatsächlich die Knochen zerschmettert. Und als die Opfer am Boden lagen, zitterten sie noch eine Weile und traten mit den Füßen um sich. Das Baby, das natürlich nicht fehlen durfte, war eindeutig lebendig, so lächerliches klingen mag. Punch drehte ihm den Hals um und nichts hätte lebensechter wirken können, als das Würgen und die letzten erstickten Schreie des Säuglings. Mit jedem Verbrechen wurde es dunkler auf der Bühne, und den letzten Mord beging Punch in pechschwarzer Dunkelheit, so daß ich nichts von dem Opfer sehen konnte. Es dauerte sehr lange, bis die Tat vollbracht war, und die ganze Zeit über waren schweres Atmen und die entsetzlichen Laute des Erstickenden zu hören. Danach trat Punch an den Bühnenrand vor, setzte sich auf die Fußbank, fächelte sich Luft zu, musterte seine blutbefleckten Schuhe, legte den Kopf schräg und kicherte so widerlich, dass sich manche meiner Sitznachbarn Augen und Ohren zuhielten, und das hätte ich am liebsten auch getan. Doch inzwischen hatte sich die Szenerie in Punch's Rücken aufgehellt, zeigte aber nicht, wie üblich, die Hausfassade, sondern etwas Kunstvolleres, ein Wäldchen und einen sanft abfallenden Hügel, über dem ein sehr natürlich, sogar völlig real wirkender Mond schien. Nach und nach rückte etwas ins Blickfeld, das sich bald als menschliche Gestalt erkannte. Der Kopf hatte allerdings irgendetwas Sonderbares an sich, das ich anfangs nicht deuten konnte. Die Gestalt stand jedoch nicht aufrecht da, sondern begann in Punch's Rücken zu kriechen oder sich irgendwie dorthin zu schleppen. Punch hatte ihr immer noch den Rücken zugewandt. In diesem Moment fiel es mir zwar noch nicht auf, aber genau das war der Zeitpunkt, zu dem der Anschein, es handelte sich bloß um ein Puppentheater endgültig schwand. Natürlich war Punch immer noch Punch, aber genau wie die anderen Figuren war er in gewisser Weise lebendig. Sowohl er als auch die kriechende Gestalt handelten aus eigenem Antrieb. Als ich das nächste Mal zu Punch hinüber sah, war er offenbar immer noch in heimtückische Überlegungen vertieft. Doch gleich darauf schien irgendetwas seine Aufmerksamkeit zu erregen. Jedenfalls setzte er sich ruckartig auf, wandte sich um und entdeckte die auf ihn zugriechende Gestalt, die ihn fast erreicht hatte. Nur knapp entging er dem Arm seines Verfolgers, der plötzlich ausgeholt hatte, um nach Punch zu greifen. Zur Tode erschrocken, rup er seinen Knüppel auf und stürmte und stürmte auf den Wald zu. Mit unsäglicher Abscheu erkannte ich plötzlich, wer sein Verfolger war. Ein stämmiger, schwarz gekleideter Mann, der anscheinend den weißen Priesterkragen mit den beiden Bändchen trug und dessen Kopf mit einem Sack verhüllt war. Es begann eine schier endlose Verfolgungsjagd, die zeitweise quer durch das Wäldchen, zeitweise den Hügel hinauf- und und dann wiesen nur gedämpfte Geräusche darauf hin, dass die Jagd noch im Gange war. Schließlich torkelte der offensichtlich erschöpfte Punch von der linken Seite her auf die Bühne und warf sich zwischen den Bäumen auf den Boden. Doch sein Verfolger hielt Ausschau nach ihm und war ihm bereits auf den Fersen. Als er die auf dem Waldboden liegende Gestalt entdeckte, warf er sich ebenfalls hin, den Rücken den Zuschauern zu Gewand. Dann riss er sich mit einer einzigen schnellen Bewegung den Sack vom Kopf und schob sein Gesicht vor das von Punch. Schlagartig senkte sich Dunkelheit über die Szenerie. Es war ein lange anhaltender furchtbarer Schrei zu hören und als ich gleich darauf aufwachte starrte ich direkt ins Gesicht von was um Himmels Willen die genau gegenüber meinem Fuß Ende auf dem Fenstersims thronte und die Flügel hob. Es sah so aus als wären es von Stoff umhüllte Arme. Ich konnte gerade noch ihre wild funkelnden Augen erkennen, dann war sie verschwunden. Erneut hörte ich einen einzigen dumpf dröhnenden Glockenschlag. Nein, mein lieber Bruder, es war bestimmt keine Kirchenglocke. Und dann war ich hellwach. All das geschah in den gerade vergangenen dreißig Minuten. Da an Schlaf nun nicht mehr zu denken war, stand ich auf, zog mir etwas über und schreibe jetzt die ganze langatmige Geschichte in den ersten Stunden des Weihnachtstages nieder. Habe ich irgendetwas vergessen zu erwähnen? Ja, ein Hund namens Toby kam in meinem Traum nicht vor. Und die Namen über der Schaubude lauteten Kidman and Gallop, eindeutig nicht jene, nach denen ich auf Anraten des Handelsreisenden Ausschau halten sollte. Mittlerweile habe ich das Gefühl, nun vielleicht doch schlafen zu können, deshalb höre ich jetzt auf, versiegele den Brief und schicke ihn später ab. Vierter Brief 26. Dezember 1837 Mein lieber Robert, jetzt ist alles vorbei. Der Leichnam wurde gefunden. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich dir das nicht gleich gestern mit der letzten Post mitgeteilt habe, denn ich bin einfach nicht zum Schreiben gekommen. Die Begleitumstände der Entdeckung haben mich völlig aus der Fassung gebracht, so dass ich so viel Nachtruhe wie möglich brauchte, um mit der ganzen Situation fertig zu werden. Aber jetzt mit Sicherheit der seltsamste, den ich je erlebt habe. Aller Voraussicht nach werde ich auch in Zukunft nie mehr ein solches Weihnachtsfest erleben müssen. Eigentlich fing der Tag mit einem recht harmlosen Zwischenfall an. Ich glaube, Mr. Bowman hatte den Heiligabend gebührend gefeiert und neigte morgens deshalb zum Herumnörgeln. Er war erst ziemlich spät auf den Beinen und nach dem, was ich mitbekam, konnten weder die männlichen noch die weiblichen Bediensteten ihm irgendetwas recht machen. Die Mädchen brachte er damit zum Weinen und vermutlich verlor Mr. Bowman auch seinerseits zeitweilig die Beherrschung. Jedenfalls wünschte er mir, als ich nach unten kam, mit gebrochener Stimme frohe Weihnachten und als er mir etwas später beim Frühstück den üblichen Besuch abstattete, war er alles andere als gut aufgelegt. Die Lebenseinstellung, die er äußerte, erinnerte fast an die zynische, melancholische Betrachtungsweise eines Byronschen Helden. Ich weiß ja nicht, was Sie darüber denken, sagte er, aber mit jedem Weihnachtsfest kommt mir die Welt abgeschmack davor. Meine Güte, ich will Ihnen ein Beispiel geben, das ich unmittelbar vor Augen habe. Eliza arbeitet jetzt schon fast 15 Jahre bei mir. Ich dachte, ich könnte mich völlig auf sie verlassen, aber ausgerechnet am Weihnachtsmorgen, wo doch die Glöckchen bimmeln und alles festlich zugehen soll. Also ausgerechnet heute hätte das Mädchen nun ja, die Vorsehung hat es gerade noch verhindert, aber ich muss schon sagen, das war wirklich die Höhe. Das Mädchen wollte Ihnen tatsächlich Käse zum Frühstück servieren. Als er merkte, dass ich etwas erwidern wollte, streckte er abwehrend die Hände hoch. Ist ja schön und gut, wenn Sie jetzt sagen, ja, Mr. Bowman, aber Sie haben den Käse ja vom Tisch genommen und im Schrank eingeschlossen, und das habe ich ja auch getan, hab den Schlüssel noch dabei, oder, wenn das nicht der richtige Schlüssel ist, dann zumindest einer von ähnlicher Größe. Stimmt alles wert daher, aber was glauben Sie denn, wie so etwas auf mich wirkt? Gütiger Himmel, ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Elisa mich damit am Boden zerstört hat. Aber als ich ihr das vorhielt, wohlgemerkt nicht mal in bösem Ton, sondern nur sehr energisch, was sagt sie darauf? Na und, sagt sie, sowas ist doch wohl kein Beinbruch, oder? Nun ja, das hat mir sehr weh getan, mehr kann ich dazu nicht sagen, hat mir weh getan, und jetzt mag ich gar nicht mehr daran denken. Es trat eine unheilverkündende Pause ein, die ich dazu nutzte, irgendetwas wie, ja, wirklich sehr ärgerlich einzuwerfen und gleich darauf das Thema zu wechseln, indem ich ihn fragte, wann der Weihnachtsgottesdienst beginne. Um elf erwiderte Mr. Bowman und seufzte tief, aber sie können von dem armseligen Mr. Lucas nicht so eine Predigt erwarten wie von unserem verstorbenen Pfarrer. Auch wenn wir kleine Meinungsverschiedenheiten gehabt haben, das ist leider nicht zu leugnen. Ich sah, dass er am liebsten wieder das verflixte Thema Bierfass angeschnitten hätte, doch es gelang ihm mit größter Mühe sich zu beherrschen. Aber ich will auch dies sagen, fuhr er fort, ich persönlich habe nie einen besseren Prediger gehört. Und auch keinen Mann, der so auf seine Rechte pochte oder auf das, was er für seine Rechte hielt. Aber das steht hier ja nicht zur Debatte. Man könnte wohl fragen, war er ein wortgewandter Mann? Und darauf würde ich erwidern, nun ja, sie sind vielleicht eher berechtigt als ich das zu beurteilen, schließlich war er ihr Onkel. Andere könnten fragen, hatte er seine Gemeinde gut im Griff? Und meine Antwort darauf wäre, das kann man sehen, wie man will. Aber wie gesagt, ja, Elisa, gutes Mädchen, ich die nächste sonderbare Episode war der Gottesdienst. Ich spürte, wie schwer es dem Diakon fiel, Weihnachtsstimmung zu verbreiten und darüber hinaus der Sorge- oder Trauer gerecht zu werden, die die Gemeinde eindeutig empfand, auch wenn Mr. Bowman anderer Meinung sein mochte. Meinem Eindruck nach war Mr. Lukas der Situation so wenig gewachsen, dass ich mich in diesem Gottesdienst sehr unwohl fühlte. Und dann heulte die Orgel während des Weihnachtskorals auch noch zweimal auf. Du weißt schon, was ich damit meine. Der Orgelwind in den Pfeifen erstarb plötzlich. Und während der Predigt schlug die hellere Kirchenglocke etwa einmal jede Minute schwach an, vermutlich wegen irgendeiner Nachlässigkeit der Glöckner. Damit das dauernde Gebimmel aufhörte, schickte der Kirchendiener einen Mann zum Turm, aber offenbar konnte er dort nichts ausrichten. Ich war froh, als der Gottesdienst vorbei war. Doch schon vor dem Gottesdienst geschah etwas Merkwürdiges. Ich war ziemlich früh da und begegnete vor der Kirche zwei Männern, die die Totenbare zurück zu ihrem üblichen Platz unten im Turm trugen. Wie ich mitbekam, hatte irgendjemand, der mittlerweile verschwunden war, sie irrtümlich herausgeholt. Außerdem sah ich, wie der Kirchendiener ein von Motten zerfressenes Sargtuch aus Samt zusammenfaltete. Am Weihnachtstag nicht gerade ein schöner Anblick. Bald nach dem Gottesdienst aß ich zu Mittag. Da ich keine Lust hatte, nochmals auszugehen, setzte ich mich anschließend an den Kamin im Salon und schlug die jüngste Folge von Charles Dickens Pickwick Papers auf, die ich schon seit Tagen hatte lesen wollen. Ich dachte, die Geschichte würde mich sicher wach halten, nickte jedoch genauso fest ein, wie es unser Freund Smith nach dem Mittagessen zu tun pflegt. Es muss gegen halb drei nachmittags gewesen sein, dass mich ein schriller Pfiff, Gelächter und Stimmen draußen auf dem Marktplatz weckten. Offenbar waren Puppenspieler angekommen, die gleich eine Punch und Jody Vorstellung geben würden. Mir war sofort klar, dass es die Leute sein mussten, denen der Handelsreisende in W zugesehen hatte. Einerseits freute ich mich darüber, andererseits aber auch nicht, da ich mich noch lebhaft an meinen grässlichen Traum erinnerte. Trotzdem wollte ich mir die Vorstellung unbedingt ansehen. Kurzerhand schickte ich Elisa mit einer Kronenmünze und der Bitte zu den Puppenspielern, die Bühne, wenn möglich, in Richtung des großen Salonfensters aufzubauen, damit ich von dort aus zusehen konnte. Die Show, die sie abzogen, war neu und sehr pfiffig. Die Schausteller, denen dieses Puppentheater gehörte, hatten italienische Namen, wie dich kaum überraschen dürfte, Forrester und Calpeggi und, wie erwartet, hatten sie auch einen Hund namens Tobi dabei, bei ihnen allerdings keine geschnitzte Figur, sondern ein höchst lebendiges Tier. Platz, doch niemand verstellte mir den Blick, denn ich stand keine zehn Meter von der Bühne entfernt am großen Fenster des ersten Stocks. Das Spiel begann, als die Kirchenglocke viertel vor drei schlug. Zweifellos beherrschten die Puppenspieler ihr Handwerk. Zu meiner Erleichterung stellte ich fest, dass sich meine Abscheu vor Pants martialischen Angriffen auf seine unglückseligen Besucher, eine des Gefängniswärters, des vornehmen Ausländers, des Amtmanns und selbst des Babys musste ich sogar lachen. Die einzige Schwäche der Aufführung lag darin, dass sich der Hund Tobi mehr und mehr dazu hinreißen ließ, an den falschen Stellen zu jaulen. Er musste wohl irgendetwas gesehen oder gewittert haben, das ihn sehr beunruhigte. Jedenfalls heulte er irgendwann wirklich jämmerlich auf, sprang von seinem Hochsitz auf der Fußbank herunter, schoss quer über den Marktplatz davon und verschwand in einer Seitenstraße. Die Vorstellung wurde unterbrochen, aber nur kurz. Wahrscheinlich waren die Puppenspieler zu dem Schluss gekommen, dass es sinnlos war, den Hund jetzt suchen zu gehen und dass er abends von selbst wieder auftauchen würde. In den folgenden, im wahrsten Sinne des Wortes einschlägigen Szenen befasst sich Punch so mit Judy und mit all seinen Besuchern, wie ist die Tradition dieses Puppentheaters verlangt. Und schließlich kam die große Szene, in welcher der Galgen errichtet wird und Mr. Catch, der Henker, die Bühne betritt. Und genau in diesem Moment passierte etwas, aus dem ich nach wie vor nicht schlau werde. Du hast dir selbst schon einmal einer Hinrichtung beigewohnt, weißt also, wie der Kopf des zum Tode Er ist mit einer Haube verhüllt. Wenn du ähnlich wie ich empfindest, möchtest du nie wieder daran denken und ich rufe dir das Bild auch nur ungern ins Gedächtnis. Aber genau so einen verhüllten Kopf entdeckte ich von meinem erhöhten Standort aus in der Bude hinter den Kulissen. Die Zuschauer auf dem Marktplatz sahen ihn anfangs jedoch nicht. Ich dachte, der Kopf würde irgendwann in ihr Blickfeld rücken, doch das geschah nicht. Stattdessen tauchte über dem hinteren Rand der Puppenbühne ein paar Sekunden lang ein unverhülltes Gesicht auf, zu einer kaum vorstellbaren Grimasse nackten Entsetzens verzehrt. Es sah so aus, als zerrte jemand diesen Mann, wer immer er auch sein mochte, gewaltsam hoch und stieße ihn in Richtung des kleinen Bühnengalgens. Seine Rücken zusammengebunden. Unmittelbar hinter ihm konnte ich gerade noch den verhüllten Kopf erkennen. Dann war ein durchdringender Schrei und ein Krachen zu hören und das ganze Puppentheater kippte nach hinten um. Unter seinen Trümmern waren um sich tretende Beine zu sehen und gleich darauf zwei Gestalten, die, so schnell sie konnten, über den Marktplatz rannten und auf einem Feldweg verschwanden. Jedenfalls behaupteten einige Zuschauer, sie hätten zwei Männer gesehen, während ich davon überzeugt bin, dass es nur einer war. Selbstverständlich stürmten alle Zuschauer hinterher, zunächst auch ich, aber bei dieser mörderischen Geschwindigkeit konnte ich genau wie viele andere nicht mithalten. Nur sehr wenige Menschen erlebten das Ende, und das war es im wahrsten Sinne des Wortes, persönlich mit. Zu diesem Ende kam es in einem Kalksteinbruch. Der Mann vom Puppentheater, der blindlings weiter und weiter gerannt war, fiel über den Rand, brach sich das Genick und starb. Nun begann man überall nach dem zweiten Mann zu suchen, bis sich die Leute schließlich fragte, ob denn überhaupt ein zweiter Mann vom Marktplatz weggerannt sei. Anfangs versicherten mir alle, ja, das hätten sie mit eigenen Augen gesehen, aber als wir auf den Marktplatz zurückkehrten, um dort nach ihm Ausschau zu halten, fanden wir ihn tot unter den Trümmern des Puppentheaters liegen. Doch in dem eben erwähnten Steinbruch entdeckten wir später den Leichnam unseres armen Onkels. Sein Kopf war mit einem Sack verhüllt und die Kehle entsetzlich zerfleischt. Gefunden haben wir ihn dort nur, weil ein Sackzipfel aus dem Boden ragte. Ich bringe es nicht über mich, dir weitere Einzelheiten zu schildern. Ich muss noch erwähnen, dass die Eigentümer dieses Puppentheaters in Wirklichkeit Kidman and Gallop hießen. Ich weiß mit Sicherheit, dass mir diese Namen von irgendwoher bekannt sind, aber hier in der Gegend scheint niemand etwas über die beiden zu wissen. Nach Onkel Henrys Beerdigung komme ich so schnell wie möglich zu dir und dann werde ich dir erzählen, wie ich diese ganze Geschichte sehe.